Baby, ich wollte heute Nacht gehen mal was ausprobieren. Im Bett, meine ich. Ach, was denn? Hast du vielleicht Lust auf ein kleines Rollenspiel? Ja, ich mein, also, mit dir oder, ja? Okay, du, lass an. Okay. Ich hab ne richtig schmutzige Fantasie für dich. Baby, du siehst so heiß aus. Ja. Ich bin der Mann fürs Schmutzige. Und jetzt? Und jetzt? Ich bringe den Müll raus. Doch Baby, wirklich. Du weißt, wie heiß es mich macht, wenn du aufräumst. So, jetzt wird's, glaub ich, Zeit, dass ich mir mal deine Tonne anschaue. Nee, Baby, nee, das fühl ich gar nicht. Ja, aber ich dachte wegen Müll und ... Weißt du, was wir spielen könnten? Handwerker, der ein Rohr verlegen will. Du weißt, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Moment. Herr Handwerker, hier tropft es. Keine Sorgen, junge Frau, dafür bin ich ja ... Profi. Wirklich, Baby. Reparier die tropfende Stelle. Okay. Und du weißt, wie heißt mich das Wort? Okay. Guck mal, was Papa macht! Wow, also ... Du tanzt mich so an. Oh, Baby, ja. Oh, Baby, nichts ist so sexy wie Steuern. Hallo. Hat jemand Pizza mit Würstchen bestellt? Was? Ich hab extra in der Mitte ... Hoch reingeschnitten, fuck! Sorry, alles okay? Ja, ja. Okay, aber dann bin ich jetzt dran! Also, Baby, ich wünsch mir eine sexy, versaute Krankenschwester, die mich nach Strich und Faden verarzt hat. Wie bitte? Alter, ich stell mir das so vor, wie du als Krankenschwester reinkommst ... Nee, nee, ich hab gehört, was du gesagt hast, aber ist das dein Ernst? Ich wollte ... Ist das dein fucking Ernst, Junge? Dass du so eine sexistische Kackscheiße gerade vorschlägst? Ist dir überhaupt bewusst, wie lange wir als Gesellschaft gebraucht haben, um so einen idiotischen Sozialraum hinter uns zu lassen? Und jetzt kommst du mir hier mit, Krankenschwester? Puh! Echt! 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 �!